Ja, es ist fast noch ein halbes Jahr Zeit, also ich glaube, jetzt zu sagen, man kann Europameister werden oder nicht, das glaube ich wird sich erst während des Turniers zeigen. Grundsätzlich haben sie, glaube ich, gute Chancen, weil sie eine sehr gute Mannschaft haben. Ich drücke natürlich alle down, dass sie Europameister werden, weil ich auch noch mit einigen zusammengespielt habe damals. Und ja, ich freue mich auf die EM und hoffe, dass sie ein gutes Turnier spielen.